Und, Elisha, dann würde ich sagen, wenn du möchtest, kannst du noch einen Ultraschall machen. Ja, das mache ich dir. Super, dass du das machst, Elisha. Achtung, es wird kurz kalt. Ah, wunderschön, genau so. So gehört sich das. So sollte das aussehen, wenn alles in Ordnung ist. Alles tiptop. Ja, hier, hier hast du deine Blase. Die ist ganz ordentlich gefüllt. Da musst du, glaube ich, gleich mal aufs Klo gehen.